Schau mal, alles komisch hier. Sagst du nicht hallo? Hallo Jay, wie geht's dir? Achso, stimmt ja. 3, 2, 1, 2, 1, ne, ne, kein Schnittchen. Das ist ja alles hier komisch, Mensch. Ein Badplug, heute Special. Mein Badplug? Hier, zack. Ja, sieht das so aus. Ach du Kacke. So, gönnen. Bam, Junge. Okay, das war ein krasser Hit. Habe ich vielleicht die Dingens vergessen, die Ansage? Ja, hey, schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt und so. Was war jetzt eigentlich mit deinem... Ich habe das noch nicht ganz verstanden, was du da hattest. Was hattest? Was hast du wirklich Badplug gesagt? Ja, sieht doch so aus, oder nicht? Ah, okay. Heiße. Weißt du nicht, wie das aussieht, oder was? Nee, ich bin da so ein bisschen verklemmt. Oh was, so weit fliegt das? Oh, das war meiner. Nice. Was hittet ihr gerade? Also ich gebe mir keine Waffe in die Hand. Ich gebe mir keine Waffe in die Hand. Wir haben nichts an, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Er spawnen relativ viele Kisten zwischendurch, glaube ich. Das krasse ist, wie wenig Schaden bisher passiert ist. Gefühlt ist aber die ganze Map explodiert. Wir werden einfach alle nachher... Machen wir den Blauen da oben. Machen wir den Blauen da oben. So schießt der Mörser nicht weg. Machen wir den Blauen Schmutzsaum weg. Als ob der nicht so hoch schießt. Doch, easy. Niemals. Schießt er links. Oh, okay. Der muss ja irgendwo dran stoßen, aber. Ich glaube sogar, wenn ich so schieße, dann ist das auch nicht hoch genug. Komm, wir gucken. Was soll denn eigentlich? Die trifft ja keiner. Die Map-Kurve ist da oben so hoch, dass der Mörser nicht an die Decke kommt. Der muss ja erst irgendwo dran kommen, bevor da die drei Dinger rauskommen. Ja. Die Kiste ist ein Feuer. Ach, Peter. Bring mal nach links. Die zwei Kistchen, die sind schon nice. Aber man muss den Jetpack hier nehmen. Ach, leck mich doch. Schieß doch einfach, Peter. Bring mal die Flagge, Peter. Damit kannst du auch. Oh, oh. Ey, das ist nicht cool, Peter. Oh Gott. Oh, shit me, Junge. Ja, shit me. Mach offen, der Mist da oben. Aber dafür hast du halt einmal vernünftig getroffen, dass du direkt 160 Schaden gemacht hast. Ah, ja. Ja, das ist nicht. Ach, Jay. Der könnte so hochkommen. Ach, Jay. Nein. Nein. Oh, no. Oh, no. Ah. Jawohl, Junge. Massenkill. Was passiert? Ich hatte einfach mal zwei. Jawohl, und noch einen. Nein. Nee, als ob. Das war ja lächerlich. Ja, von dir aus. Das war echt lächerlich. Okay, ich sag doch, da muss man auch mal offen machen da oben. Ich hab es versucht. Ich hab die Vorarbeit geleistet. Alter, Verwalter. Ich hab mich gestern Abend mit Fabian... Und war das jetzt alles gestorben? Nur zwei von Zepp? Nur zwei. Einen von PDA. Das ist okay. Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns demnächst sehen, weil ich war gestern mit Fabian Döller zusammen und der hat die letzten Wochen damit verbracht, mit einem Chinesen die ganze Zeit in einem Raum eingesperrt zu sein. Quasi. Weil die hatten immer Meetings in Warschau und da war halt auch ein Chinesen dabei. Und warum war der da mit nicht eingeschlossen? Ja, weil die die ganze Zeit die Meetings hatten. Ja, wegen des Virus, meine ich. Oh, oh, nein, Sepp. Hab ja gerade schon die ganze Zeit so rumgehustet. Also, Peter, du meinst, du bist jetzt bald tot? Finde ich okay. Ja, aber vorher nehme ich euch noch mit. Nee, nee, nee. Ich finde, du bist vorher am Krepieren. Coronavirus. Oh, ja. Coronavirus. Scheiße, was ist das für eine Rotze hier? Ja. Wir haben ja nichts außer den Mörser. Also Wurmwechsel und so fällt ihr flach. Ja, du kannst dich nicht mal nach oben verpissen. Ja. Oh, Gott. Ach, die Tate. Oh, das sieht schlecht aus für den Roten da. Ja. Wieder weniger Erde. Ich glaube, wenn du hier einen Teleport hast, hast du einfach gewonnen. Nee, wenn du willst du da runtergeholt mit den Mörsern, ja. Einfach weg. Einfach weg aus dem Schmutz hier. Dann zurückschießen. Ja. Oh, oh. Ja gut, da habe ich ja keinen Wurm mehr. Da habe ich keine Aktien mehr drin. Ach du Scheiße. Alter. Oh mein Gott. Hat der genommen einen 45 getroffen, aber er tötet zum Glück nicht. Die wir ungefähr gleich viel Leben haben. Ja, stimmt. Und nach drei Runden irgendwie. Alle kriegen einfach auf die Börserfresse. Also wir werden nicht absaufen, glaube ich, diesmal. Wir werden... Gucken wir mal. Ungefähr vier Würmer sind schon abgesoffen. Nee, nee. Also nee. Nicht durch Hochwasser. Wer ist denn gerade da? Ah. Ja, das glaube ich auch. Oh. Sneaky Bastard. Bitch, Jay. Den müssen wir forcen. Den müssen wir forcen. Das geht nicht. Schocke meine Bunker. Das geht. Die 88. Oh Jay, das passt so. Oh Mann ey. Wie die Faust aufs Auge hier. Als ob. Der zufällig 88 Leben hat ey. Das ist 2 mit 88. Ja, aber der eine ist nicht versteckt. Ach, tiefer geht nicht? Ja, easy. Yo. Als ob ey. Yo, als ob. Ja, what the fuck. Als ob ey. Alter. Hab ich alle verarschen hier. Die Hubschuhl-Würmer, die stehen am Rande der Existenz. Ja, am seidenen Faden. Da muss ich immer an Herkules, die Disney-Fürfirmung nennen. Wie der Hintergrund aussieht. Da war überall mal Land. Heute wird zurückgeschossen. Warte mal. Du willst jetzt auf einen zurückschießen und links hast du 10, um an die Decke, oder? Zu schießen. Ja. Oh, oh. Ey. Ja. Das war schon mal gut. Alter, diese Börser. Ja. 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 Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Kommst rechts wieder rein, Peter. Hüpf mal raus. Ja, komm. Einfach links durch. Wie so eine Weltkarte. Wie bei Risiko. Wenn du dann hinten rum gehst, dann bist du ja wieder in Asien. Da kommst du. Da ist links doch eine Wand, Alter. Ach, deine Mutter ist eine Wand. Oh, das war die falsche Antwort, Jay. Uiuiuiuiui. Was ist denn das? Oh Gott. Ich will die beiden da treffen. Ja, nee. Wir wollen nicht. Fick dich. Na gut, dann ist jetzt einer weg. Ja, die beiden meine ich ja. Die sind beide weg. Ich dachte, die Hände hier mich und... Er geht wieder nur auf Christian und mich, der Player. Ja. Das ist schon krass. Peter hat jetzt auf seiner Stirn auch Jay Chris drauf stehen. Ja, damit ich die nie aus den Augen verliere. Ja. Keine Ahnung, Alter. Gehst du jetzt zurück? Nach dieser Aussage wusste ich schon, was passiert ist. Yo. Es brennt. Party-Monus. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau. Alter. Nur 3000. Jeder hat ja eh kein Leben mehr gehabt. Ja, keine Ahnung. Bumsinn. Alles klar. Let's go. Genau. Theoretisch, wenn da Zapp und Peter ganz links übrig bleiben sollten... Weiß ich gar nicht. Dann treffen wir uns hier so weit. Komm. Ich glaub nicht. Oh oh. Na Jay ist ein Bunker langsam geknackt hier. Der Bunker ist aber... Er hockt da immer noch drin. Ja. Richtig schön sicher. Ja. Blondie noch am Start? Äh... Ne. Blondie ist nicht am Start. Blondie... Also nach rechts kann ich so ne Tablette nehmen. Ah, links geht. Oh oh. Teleport? Oh. Ja, das bringt mir hier nix. Also sobald du den Teleport eh einsetzt, bist du eh Opfer des Todes. Hm. Das könnte zu hoch sein. Geh, du hast dich eingebunkert und bist trotzdem nicht Opfer des Todes. Schießt du auf deinen grünen? Nein, was? Schießt du auf deinen grünen? Was ist denn mit dir los? Das war doch zu hoch. What? Der war nein. The fuck? Christian, das war deiner. Okay. Ja, ich weiß. Ich wollte nicht so hoch schießen. Christian geht immer nur auf Christian. Der hat hier nicht mal was getan. Okay, Booker Man. Hallo? Stell dich da rein und halt einfach drauf. Halt einfach drauf. Ja, genau. Das ist doof. Hey, Hitler muss auf jeden Fall ausgemerzt werden. Es gibt keine andere Regelungen dafür. Was soll der Scheiß? Pulsiot, Alter. Yo. Was denn? Ich finde das gut. Es muss Opfer geben, um solche Tyrannen auszumerzen. Ich verstehe das, Peter. Oh. Ah, der kann nicht runterschießen, ne? Nee. Nee. Mach da ruhig alles kaputt. Nee, okay. Oh, der war nicht... Oh, der war doch... Ich dachte, der würde voll hiten. Ja. Das hab ich auch gedacht. Ja. Mann, das kann man halt nicht. Ich kann ja nicht nach unten schießen. Ja, jetzt ist eine hohe Position vielleicht gar nicht mal so geil. Ja. Bin ich auch jetzt nicht gerade so zufrieden mit. Jeder hat noch einen Wurm. Okay. Was? Also nach unten tiefer kann ich nicht schießen. Das heißt, Christian kann ich eh nicht treffen? Ja, doch. Theoretisch. Nee, kannst du das echt nicht, glaub ich, oder? Nee, ich glaub auch nicht. Der kommt ja mittlerweile kaum mehr an die Decke. Oh, läuft. Das hab ich gar nicht gesehen. Komm, 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 komm. Oh, fast. Nein! Oh, so knapp. Mann. Alter, wir werden nicht an Sepp drankommen irgendwann. Ja, oder an Peter nicht. Ja doch, die beiden kommen an mich dran theoretisch von der Länge. Nee. Also die stehen halt so hoch. Ja, aber wie soll Jay dich denn anschießen? Also für Christian sind wir beide gleich. Autsch. Ich würde auch auf Sepp gehen. Der hat gerade auf mich geschossen. Mann, ey. Ja, so nämlich. Watt, ich hab auf Jay geschossen, aber auch ist okay. Ey, ich darf Christian, ich kann Christian auch eh nicht abschießen. Ja, das ist doch gut so. Komm ich jetzt vielleicht hier hoch? Ja, komm, du. Erfasst! Du machst das. Du musst doppelt, dreifach Sprung. Ja, drei, Peter. Oh, shit! Ich hab' mit. Teuer. Yes! Das deutsche Volk wurde besiegt. Sehr schön. So, wir sind doch jetzt die Alliierten, ne? Dann war die Chance, der eigentlich noch hätte Sepp treffen können. England, Amerika. Ja, aber Christian kann Sepp treffen. Das hat er ja gerade gezeigt. Ja, dann wäre er jetzt nicht verreckt. England, Amerika und die Franzosen. Müssen jetzt hier zusammenhalten. Oh! Oh mein Gott! Alter, ich dachte echt, er kriegt's. So witzig. Das war knapp. Ja, ich muss versuchen, oben drüber Christian zu treffen, wenn dann. Müssen wir echt Kisten kriegen? Hab ich irgendwas? Was ist das? Telekinese. Damit kann ich, glaube ich, nicht viel anfangen. Nee. Nein. Oh Gott. Der trifft. Das war's. Aber reicht nicht. Oder? Nein, er macht 25 Schaden. Hoffe ich. Was? Uuuh! Sepp weiß Bescheid! Ach, die Kleinen machen 25, ne? Ja, das wird echt schwierig für mich zu treffen. Du musst einfach nach oben schießen. Ja, ja, klar. Schön ist, dass sich jeder mal schnell beeilt hat, damit das Wasser nicht kommt. Oh shit! Ah! Oh! Oh, oh. Oh, der ist bitter. Nee, der kommt da runter. Ah! Das ist super schwierig, damit zu treffen. Nee, du kannst ihn nicht treffen. Ja doch, du kannst ihn schon treffen. Nee, ist unmöglich. Geht nicht, Peter. Christian ist einfach zu krass. Du hast da noch so einen kleinen Nippel vor. Ich hab ein bisschen alles will. Da kann der drüber schießen. Da kann der drüber schießen. Finger weg von meinen Nippeln! Okay. Oh shit! Ja, der war zu hoch. Oh, und der war nicht weit genug. Oh! So, jetzt ist zumindest alles frei. Ja! Okay, weiter geht's! Oh Gott! Okay, alles gut! Was macht er denn? Weißt du, wie hatte ich denn gerade so? Ja, warte. Ich muss erstmal gucken, wie der ankommt. Ja, das ist jetzt mal Test-Schuss. Nee. Oh, der ist gut. Alter! Ja, komm ey! So. Jetzt sind vielleicht alle Nippel weg. Nee. Aber ich kann ihn doch nicht hier verschießen. Warte mal. Ja, scheiß drauf. Wir gucken jetzt, ob da Nippel sind oder nicht. Bewege ich mich dann auch immer weg. Es wird einfach stehen bleiben. Oh, leil. Oh shit, Alter! Ja, voll Hit. Oh, der liegt. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. Sollte ja wohl reichen. Nice, Christian. Zwei Hits. Ewige zweite hier immer, ey. Das ist ja der Schiff. Was? Das war nur einmal 80 Schaden. Wieso macht der genau nur 80? Oh, jetzt habt ihr beide 45. Ich hab doch beide getroffen. Die anderen durften wahrscheinlich nicht treffen, weil die gegen die Wand explodiert sind. Aha. Frisch. Und nicht am Material. Frisch. Okay, das ist natürlich Assi. Oh, der trifft. Wow, ich hab mich selber getroffen. Oh, ich hab mich selber getroffen. Oh, was? Nein! Oh nein! Oh nein! Das war besser, was mir noch passieren konnte. Und dann hab ich den meisten erträgten Wurmgegner. Oh mein Gott. Aber gewonnen. Aber gewonnen. Mit Christian zusammen ist in Ordnung. Dann am dritten Platz Sepp. Und dann? Ja. Dafür bin ich der Statistikgott. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.